So, ich habe mich schon mal. Ich will was zu essen. Ich habe Hunger. Bitte, bitte. Eine Spende. Eine Spende. Bitte, Hilfe. Ich brauche Geld. Bitte, bitte. Bitte, ich brauche Geld. Hilfe, kannst du mir ein bisschen Geld geben, bitte. Jemand will mir Geld geben. Dann werde ich halt mal laufen und gucken. Weißt du, wo es ist? Es geht zur Polizei. Oder? Bin ich der Einzige? Hä? Hallo, Polizist? Ist hier niemand? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Gut, 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 gut. Stopp, 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 stopp. Bevor wir das Video hier starten, will ich nur noch etwas sagen. Abonniert mal alle nicht den Kanal von King Emperor P. Ja, er ist voll der schlechte YouTuber. Er sagt all diese Sachen über mich. Abonniert gute Leute, die nur Gutes tun. Bitte. Okay? Abonniert nur die Leute, die Gutes tun. Oh mein Gott. Er ist der Ehrenmann. Er ist ein Ehrenmann. Er ist ein kleiner Volker. Das war auch ein guter YouTuber. Und jetzt startet das Video. Oh nein. Hallo? Oh mein Gott. Ich glaube, ich bin der Einzige hier. Oh, oh, oh. Hallo? Polizist? Ach so. Okay. 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 Wenn hier niemand ist. Hallo? Meine Zellen. Ist hier jemand? Nein, hier ist auch niemand. Okay. Okay. Langsam fühle ich mich so, als ob ich der Einzige wäre, der hier ist. Okay. Dann könnte ich ja das machen, was ich mir schon immer drin habe. Kurz mal gucken, ob in dem Club jemand ist, wenn da auch niemand ist. Hallo? Ist hier jemand? Nein. Oh mein Gott. Dann könnte ich mich erst mal in den VIP sitzen. In den VIPs. Ja. Aber wenn trotzdem noch alleine. Dann gucken wir mal, haben wir hier irgendwo eine Grasfläche. Der Präsident. Oh mein Gott. Mein Präsident ist auch niemand. Und langsam glaube ich, dass... Das... Sehe ich das hier nur so? Langsam glaube ich, dass ich der... Oh no. Äh. Hey, wer ist das? Wer ist das? Hier sind nur arme Leute. Sind jetzt nur noch hier arme Leute? Da ist ein Armer. Oh nein. Es sind alle arme hier auf dieser Welt. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Aber warte mal. Ich könnte dann... Ich warte, ich will mir mal einen Roller. Ich bin ja nie Roller gefahren. Da könnte ich mir hier vielleicht einen holen. Jetzt kurz. Wo war der Roller? Aha, ich habe ihn gefunden, den Roller. Ja, da ist er. Ist ja mein schöner Roller. Oh nein. Ja, einmal sitzen auf der... Jetzt werde ich alles tun, was... Was diese Polizei mir angetan hat. Jetzt werden die sehen. Als allererstes werde ich mir Klamotten besuchen. Als allererstes werde ich mal Klamotten besuchen. So, wo kauft man hier Klamotten? Ich glaube, Klamotten kauft man. Oder weißt du was? Ich ziehe was richtig cooles an. Das coolste, was es je gab, es. Jetzt werden die alle sehen. Die gesagt haben, dass ich nicht schön genug bin. Das werden alle sehen. So. So. Soll ich den Roller hier abstellen? Nein. Oh nein. Das ist auch nicht schön. Oh, das hier sieht aber gut aus. Jetzt schönere Hose dazu. Nee. Nein. Und die? Nö. Die hier? Ja, die passt auch perfekt. Ja, ja, ja. Das passt aber perfekt. Es ist nur noch... Böse sein. Denn alle, die mir das Amittal haben, werden sehen. Jetzt werde ich mir nur noch ein Auto besorgen. Dann können wir loslegen. Nein. Oder wisst ihr was? Die Polizei war doch immer so unfallig zu mir. Aber erstmal muss ich was trinken. Ich habe Durst. So. Dahin jeder Arm in dieser Stadt ist, kann ja jeder machen, was er will. Wenn es niemand mehr gibt. Dann bring ich erstmal hier den Milchshake, den ich mir immer nie leisten konnte. So. Und der ist aber lecker. So. Jetzt habe ich noch eine coole Idee. Und zwar das, was ich schon immer machen wollte. Helikopter fliegen. Juhu. Yes. Helikopter fliegen. Aber erstmal brauche ich ein bisschen Geld. Und woher bekommt man Geld? Aus der Bank. Und ich weiß auch schon, wo wir gehen. Aber ich muss nur zum Waffenhändler gehen, um mir eine Waffe zu holen. Ey, Junge. Was für Paul Berger seid ihr denn? Jetzt reicht's. Jetzt reicht's mir. Ihr dumm Polter. Aber jetzt kommt die Stücke. Ich klaue ich mir erstmal hier den Wagen hier. Für so einen krassen Lamborghini klaue ich mir jetzt. So, wo ist der Lambo? Hier ist der schmackhafte Lamborghini, Junge. Jeder denkt der Baby, krass, Alter. So, jetzt werde ich ihm nur noch hier so eine Lieblingsfarbe. So, und jetzt nur noch Musik anmachen, Dicker. So, hier schnell den Code einfragen. Alright. Woah. 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 Woah.